Ich wollte morgen filmen, aber ist okay! Attention! Was ist denn? Maria ist aufgeregt! Warte, warte, warte! Klassefahrt geht los! Wir denken an dich! Wir zerstören sie alle morgen! Wie viele Buchstaben hat Hang? In dem Platz belegen wir auf! Hang, wir werden vierter! Bist du aufgeregt? Nein, es geht nicht. Nein, du guckst euch das Ei, bist du aufgeregt? Nein. Wirklich nicht? Ich hab nur Bock zu zerstören! Sie hat eins vom Traum genauso? Oh yeah! Rasieren! Rasieren! Nein, wir werden nicht rasieren! Wir werden polieren! Wie jetzt? Ich darf nur polieren? Was ist denn da raus? Ich hol Bambuschein, wir werden rasieren! Komm, wie geht's dir? Ich probiere jetzt einen Hot Vampire! Da wo ich jetzt tanze! Wo ist deine Hühnersuppe? Ja! Wo hast du die her? Wo hast du die her? Wo hast du die her? Wo hat er die her? Zahn! Tom, was fällt dir ein, kurz vor dem Auftritt krank zu werden? Ich habe ja gar nichts zu wollen! Ja, mir auch nicht! Bist du behindert? Tja, wir sind jetzt in Bremen angekommen und dann gehen wir mal in die schöne 12! Ich hoffe, das ist kein Indiz auf unseren Platz morgen! Hallo! Na? Ich habe sie ja gar nicht kaum gesehen! Oh, haben sie nicht? Pass mal aus und sag's ja! Oh, Lilla! Na? Wie sieht die gute Stube hier aus? Oh, um Gottes Willen! Oh, krank, krank! Also, ich weiß gar nicht, wo die Sachen herkommen, aber ja, gemütlich, gemütlich! Oh, Ikea! Das sehe ich sofort! Wir haben ja da! Wir haben ja da! Man sieht sehr viel! Jetzt! Unsere Roomtour! Wir haben eine schöne Treppe! Oh! Ob nicht fall ich nicht runter? Und wer anders als Tom und Maria sollten hier oben schlafen? Beide dezenter, 1,80m groß! Entschuldigung! 1,87m! Oh, fast so groß wie Jello! Ne, das ist ein bisschen kleiner! Tja, was sagt ihr? Okay! Einen wunderschönen guten Morgen! Guten Morgen! Wir haben das Rudel verloren, aber sie warten schon vorne auf uns! So, wir laufen jetzt zum Hauptbahnhof und von da aus geht's dann direkt zum Pontus. Und dann schauen wir mal, was heute wird. Wir sind auf jeden Fall super nervös, aber wir freuen uns umso mehr. Oder Tommi? Ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber ja! Guck mal, da hört mir noch nicht immer zu! Nein, alles gut! Hi, wie fühlst du dich? Ich rasiere! Nee, der glasiert! Ich glasier doch nicht! Ich rasiere! Wir haben euch eingeholt! Hey! Wir können keinen Eingang! Ja! Nachdem wir gewartet haben! Sorry! Wie viel Grad sind es gerade? Wie viel Grad es gerade sind? Es müssten 20 sein! Okay! Let's do this! Hey, das ist nach Sommerurlaub! We're on fire! War eine knappe Geschichte! Wir haben es gerade so geschafft! Ja, selbst so, wenn ich davor zelten muss! Ich hab'n Gehirnbrost! Was für'n Sommerurlaub! Was für'n Sommerurlaub! Ah! Wir sind ja irgendwo reingeraten! Oh mein Gott! So viele Menschen! Hello! Folks! Wie fühlt man sich so als Idle? Wunderschön! Der Osten vernetzt sich! Der Osten vernetzt sich! Ich hab'n segel taken, Also, ich frage mich! WOOOOO! Oh, oh, oh! Das Publikum hat Ihnen leider nicht gesehen. Wir sind durch mit dem Auftritt. Machst du jetzt ein Video? Machst du jetzt ein Video? Ey, 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 ey. Bis zum nächsten Mal.